Norddeutscher Rundfunk 2021 Vor 200.000 Jahren war das Gebiet von Berlin ein einziger großer See und der häufigste Bewohner eine Schnecke, Paludina di Loviana Kunt. Hallo, danke fürs Ansehen. Ich wollte noch sagen, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, also von Points of View und von mir, dann abonniert am besten unseren Channel. Äh, ja, und ihr könnt uns auch folgen bei Facebook und bei Twitter. Danke.